Hallo, bevor Sie weiterklicken, darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Buchholz, Daniel Buchholz, und ich bin Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Das schon seit zehn Jahren. Ich vertrete mehrere spannende Ortsteile im Abgeordnetenhaus und bin für Umwelt- und Stadtentwicklungspolitik zuständig. Was habe ich in den letzten zehn Jahren als Abgeordneter gemacht? Zum Beispiel den Kampf gegen die Spielhallen vorangebracht. Denn ich glaube nicht und finde nicht, dass wir uns die Kieze und auch Menschen durch Spielhallen kaputt machen lassen sollten. Ich kämpfe gegen steigendes Grundwasser und auch zum Beispiel dafür, dass wir keinen Atomstrom in Berlin haben. Schon vor acht Jahren haben wir beschlossen, dass Berlin keinen Atomstrom für die öffentlichen Gebäude kauft. Und wir achten auch darauf, dass beim öffentlichen Einkauf immer Öko-Kriterien beachtet werden müssen. Nun, mehr erfahren Sie auf meiner Homepage. Ich würde mich freuen, wenn Sie am 18. September zur Wahl gehen. Denn denken Sie daran, wer nicht wählen gilt, der wählt genau die, die er gar nicht will. Dankeschön. Vielen Dank.